hallo leute jetzt gibt es erst mal eine neue folge von minecraft dungeon bei mir jetzt die zweite bei den beiden jungs müsste es mittlerweile die fünfte sein haben sie gesagt wir kommen nicht mehr runter ich zeig dir ganz einfach nimmst anlauf okay okay im anlauf und so den lassen so farme letzte runde geschafft kürbis zu wald sowie kripa wald haben wir auch geschafft den was sie einfach stufen ich würde sagen es kaktin schlucht aber in die kaktin schlucht wir können auch die können auch die drei jetzt die höchste version rein theoretisch nehmen schwierig ist gerade die anderen drei dass wir erst alle auf drei kriegen viele alle falls die stufe kriegen spätigkeit stufe oder wir fangen jetzt an mit den kaktin schluch erstmal und das wird bis abwechsel kriegen wir können natürlich auch erst mal ja wobei wir können jetzt auch erst mal die die anderen auf höchste stufe kriegen sollten wir jetzt zu dritt hinkriegen oder also es wäre jetzt standard 6 schwerster und körper wald zum beispiel genau ich wäre glaube ich eher dafür dass kaktin schluch weitergehen und dann noch standard fünf oder sechs das machen kaktin schluch direkt standard fünf oder sechs dass wir halt auch weiter kommen aber wir meinen ja auch dass wir dies wir wollten das ja auch zwischendurch stream so dafür könnte man das ja zum beispiel machen ja kaktin weil sechs haben wir gar nicht verfügbar das mit fünf machen wir können ja die haben ja nach auch noch ein guter wenn man das war ja und das ende aller tage kommt ja auch noch glaubt es wird noch nicht schwer genug für uns denn also fünf ist brauchen wir team stärke 17 ich glaube ich macht sind deine kraft ist bei mir 60 meine kraft 16 und er ist 18 da ist insgesamt team kraft 17 aber wir brauchen höher als 17 wir brauchen empfohlen kraft 22 kommen ab trotzdem abstand 5 ab morgen in die olga und wahrscheinlich fressen den cut ziehen man kennt sie mit hilfe einer macht die tiefe in einem uralten und vergessenen wüsten tempel ruht eine armee aus untoten beschwören diesen tempel zu finden ist jedoch keine einfache angelegenheit denn der zugang liegt versteckt in einer tiefen schlucht in der sich vergessene geheimnisse aber auch hinter listigen kreaturen verbergen schön dass ich jetzt umgebracht wurde denken wir auch gerade ich habe so dem katz ihn startet und da steht so du bist gefallen so warte fack alter warum das bild auf immer so schwarz wurde oder so dunkel wurde jetzt weiß ich warum ich setz mal ein totem ein beacon sollst du einfach knöpfe drücken hausti ja und poste button den seelen halter kannst du alle per sekunde machen sollen du halt sehen hast naja jetzt die fischer wie auch wie bis zum scharf wir halten auf jeden fall gut was aus er ist so einfach wie gerade wäre auch ein bisschen langweilig oder ich glaube die baby zum ist von uns unsere hühnchen und sind eigentlich zwei hühner aktiviert meins müsste auch da sein das meins jetzt ist meinst du auch wieder da jetzt ist mein kopf hat dieses und chicken geklaut ja schlimmer 3 haben wir die creep aus dem spiel entfernt machen wir aber an die kümmern das war schon ob viel falls sondern jeder schon klar sie tun sie ja hier in der map nicht aber den damage kann ist mein highlight für mich jetzt noch einer ja ist okay jetzt was habe ich nicht eingesammelt 25 erbogen nämlich jetzt auch noch weiter ja und aber schaden reden über können report aber noch feine ist gut ja aua okay okay es kommt ja genau nach der halben minute in der zeit wo du uns nicht aufgehoben hast ich habe eine ganze wege sehen gesammelt wird wahrscheinlich auch benutzt je nach nicht wie ich kaum welche versucht jetzt auch erst mal ein bisschen zu sammeln und zu sparen mein bogen ist ich mag meine armenbrust legendärer bogen hat hohen rückstoß ist doch noch halbos liegen es ist da du bleibst du bist da wo du hingehörst was los gerade doch immer mehr gefühlt wird auch immer mehr nicht vergessen welche stufe wir haben ja sonst wäre auch langweilig das spiel oder hier und unterlaufen wird das ist eine noch so viel zu zu weil das nein jetzt oder gefallen und dann warten und sagt hinweg da war du dahinter in salda ich bin noch nicht mehr gestorben ich bin darüber und auf einmal kam dann TNT hinter mir hergeflogen die haben doch gesagt weg da wollen wir noch, also haltung hast du schon und ist aber schön in der Küste ins Säbel Tazursucher beschleunigte Feuerrate, schnelle Geschosse 1,31 nachgang zuverlässige Kombo wollen wir nicht mal testen da liegt das ich bin aus dem Map hier da ein drauf ich bin generell die Map gestaltung ist echt cool du hast aufgehoben verseuchtes Leuchtfeuer dass man alle sterben da wird es vielfeilig du hast ich wusste gar nicht dass du verwandt bist mit dem Goku solle ich doch mal das grenzt ihr gerade schon an die kam ja mehr als tot du müsstest den Magier hier hinten töten ich will keine mehr mehr machen ich will ihn bestrafen halt warum würdest du da fliegen hat einen totem für mich auch hier oben drücken ich will ja noch dabei ne solltest nicht so whisky reingehen alter noch ein paar Seelen warte mal ganz kurz ich habe eine Kerze auf dem Kopf ich habe einen verseuchten Biken deswegen alter leg mich mal hin nein so werden wir nicht fertig daraufhin erstmal ein Schluck Wasser erstmal Rakete ausrüsten und einen komischen Pfeil ich gehe hier lang hier ist ein weniger aber auch noch nicht Aua warum rennen wir von mir weg diese Pfeile alter weißt du diese Geräusche alter weißt du diese Geräusche alter weißt du diese Geräusche alter kannst du die zurück halten dann heb ich die Klammer nicht auf hätt ich sonst gemacht den Laser kann ich nur mit Seelen machen nein nein dieser Laser ne diese Pfeile ich mag unsere Barsche ich mag unsere Waffen gerade und er biegen wir verlässt mich so schnell nicht wieder das cheating was du da gab machst du hast hier du hast hier du hast mein Laser ach und den Bogen nicht oder was mein Bogen ist kein cheating der machen du kommst du reicher wenn meine meintesten artefakt machst du ja machst du jetzt ähm ähm okay ich lass meinen Bogen jetzt mal vollladen okay ich lass meinen Bogen jetzt mal vollladen ich geh mal hier lang ich geh mal hier lang ah von hier ich brauche mich dafür oder ja brauchen wir den blauen da sind gelber da sind gelber da sind gelber hier brauchen wir hier für aber das ist ja leil aber die sagst hä du mit deinen Pfeilen ich mit meinem Laser und was ist das domen? nix wir haben ganz viel ach da ist der Bloch wow 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 der heftigste hinterhalt ey wir müssen doch mal beschützen weil wenn er getroffen wird äh springt der Schüsse wieder runter ey da will er wegrennen red wenn jetzt sag einer hä 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 jetzt muss ich darf nicht mehr kämpfen beschützt mich mit eurem Leben ja achso das sind die ganze Gegner doch was die Gegner Gegner? du meinst Opfer oh als hätte wäre so viel genau was schöne äh vollkassig äh aber ist nix ja maust du ich mal mit hast du auch bekommen? ja aber ich kann nur ich kann meinen Fall nur größer werden lassen mein Arm muss ein bisschen stärker aber dieser bieten was ist was war jetzt das wir hier wenden also hier müssen wir um die Leiter um der gelbe Schlüssel müsste da sein der gelbe Schlüssel den Cover beschützt mich mit mein Laser beschützt dich ich mach einfach dachte ja so ein so ein Gucko hat mir die Technik beigebracht ist ist der Knopf hier mit dem Schlüssel irgendwie pfff habt die Raketen bereit? hat jetzt doch hier rein in der holger eskalation fehl die mann ist doch weg ich will doch nur ihre seelen haben ach du scheiße dass da irgendwas bei dir weg ist durch gegner sind jetzt viel da ja ja okay wenn man hier so ein freund auf ich habe mein tod zum anwalt dazu gesteuert erst 3 irgendwie ein todlösern gleich ich weiß doch mein lächeln zieht an bei mir geht es hier irgendwo gefühlt hin da waren wir noch gerade erst ja aber über das rüber laufe dann kommt die ganze zeit ein geräusch als wenn sich das öffnet nicht unbedingt sobald ich hier über laufe es ist nur heiße steine wird druckplatten werden die öffnen aber recht hat um das ist wirklich besonders für sich was er sich haben wie lava auf wasser fällt jetzt schon wieder ja was soll ich denn hier öffnen hier ist ja nix vielleicht wird das in der letzten stufe frei ja ich will kommt später und dann gehen wir hier irgendwann später nochmal hin ich bin dadurch nicht beendet bin aber es kann nicht gleich kam ich habe mich an die kreinball anwendet welche kommt wie ist denn die beschreibung dafür schießt einen gefährlichen streit unter und schaden zu füllen nach der schon wieder darauf zu lachen ich lese den gegner eventuell ich habe keinen viel pot mehr ich habe es gesetzt Brotum steht noch Und zur Teilung hier Eins Armbrust Machen wir Andere Säbel Oh ne bessere Rüstung hab ich Entfernen, was haben wir denn hier? Donner und Gesundheitsenergie. Wartet ihr noch? Wollen wir weiterlaufen? Ja. Das sehe ich genauso. Weißt du, was ich auch so sehe? Ich esse erstmal ganz entspannt eine Milchschnitte. Ich mache mal eine Milchschnitte. Eine Milchschnitte esse ich, ja. Du hast keine von mir dabei? Ja, komm her. Weit weg. Wir haben 30 Minuten. Nack. Hab ich. Mh, war aber Milchschnitte. Ja. So weiter? Ja, komm wir. Ein Hauch von nix. Hier hinten ist ein Krug. Doch ein Hauch von etwas. Ist da nochmal geschönet? Hier ist wirklich so eine Art Hauch von wirklich was. Ja, guck mal. Dann wollen wir mal verprügeln, mal. Das war's. Ach man, oh. Du hast den uralten Wüsten-Tempel gefunden. Kommt das noch nicht durchlaufen? Entdeckungen wirst du wohl darin schlossen. Ich dachte, jetzt kommt noch so ein übelster Fight am Ende, ey. Ja, man kann ja den Bosskampf ein bisschen langweilig gemacht. Was? Wieso? Ein Windhorn. Warte, ich habe. 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 Komm mal auf das Ding. Mal auf die... Ein Windhorn. Ja. Entschuldigung der Abstimmung. Ja. Der ist halt gut. Ich mag den. Ja, da wollen wir mal beim Schmied was kaufen, ne? 1.303, 94. Bei Schmied nicht was auch gesagt für mich, dann gibt es Ärger. Ja. Noch einmal. Komm, geh mal auf dir. Entschuldigung der Abstimmung. Das ist ein starker Mann von der Gewied. Sicherheitsschütze nach Schüttung. Uh. Ach, das war dieses Projektil-Schutz, ne? Äh. Ja. Der hier. Was du so kannst, das kann ich auch. Alter. War doch nicht zu dem. Easy. Komm. Dann kurz hier reingucken. Der kann verwertet werden. Aufgekehrt werden. Fähigungsgeschwindigkeit. Komm mal. Hoch. Wie geht's aus dir? Die Bims. Ja. Ja. Du hast mir so ein 98, gesundheit, 25, artifact. Am lieb nur noch eins. Familie. Doi. Schaden sei. Wirkungs-Aura für Waffen. Gib dir einen Fledermausbegleiter. Was zum Teufel ist ein Fledermausbegleiter. Da greift die Gegner auch an, aber äh. Geht so viel. Man kann jetzt nicht so viel schauen. Am besten ist eh das Lama, dass die Gegner anspuckt. Okay. Also ich würde sagen, das war's ja mit der Folge, oder? Ja. Auch so sagen. Dann schaut doch beim nächsten Mal wieder rein und bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.